hallo liebe camper herzlich willkommen bei uns auf dem kanal hier in dingesbühl bei miga caravan ja ich stehe hier neben unseren neuen räuchermobilen die sind echt mega geil also ich finde die richtig schick ich weiß nicht ich habe glaube ich die schon mal gezeigt die sind noch in unserem online shop also ich finde die richtig cool die schon richtig klasse aus also zum einen kann man hier mit räuchern das heißt da kommt da oben so ein bisschen qualm raus und natürlich in den verschiedenen düften und zum zweiten haben wir hier natürlich noch ein lämpchen da drin da könnte nur lämpchen rein wo man anmachen kann ist auch dabei und dann leuchtet es auch natürlich auch mit unserem miga caravan logo gibt es mit so einem baum und natürlich mit fahrrädern also auch das gibt es also richtig klasse also richtig skimmig bei uns fährt es immer im wohnmobil mit also ist abends immer recht gemütlich daheim haben auch eins stehen also ist echt schick finde ich richtig toll gelungen und da liebe grüße auch an die firma qualm die das herstellt für uns echt richtig gelungen also tolle geschichte also ich freue mich schon auf die nächste serie weil da wird ich glaube er hat dann vor ein teil integrierten zu machen das wird bestimmt auch lustig ja soviel zum dem thema aber jetzt mal ein bisschen technik vielen dank vor allen dingen für die letzten kommentare von euch von meinem letzten video was die autarkie angeht da werden wir auf alle fälle einen teil zwei machen weil ich habe da schon ein bisschen was dazu zu sagen und da sind wir auch noch etliche details und da möchte mit euch auch noch mal so ein bisschen in die tiefe gehen bei dem ganzen und ich werde da immer zwischendrin noch einmal was machen und noch mal ein teil dementsprechend rausbringen mal gucken ob es schon der nächste oder übernächste ich muss mal gucken wie die woche so verläuft will ihr auf alle fälle noch mal machen weil da sind tolle anregungen gewesen tolle fragen dazu und da machen wir auf alle fälle noch mal weiter ja und dann natürlich wie es jetzt weitergeht wir haben neues fahrzeug drin stehen adria wieder mal lüsterklemmen das gucken wir uns wieder an und noch einiges mehr bei uns in der werkstatt und dazu gehen wir jetzt mal hinter ja hier steht der nächste adria hat mir ja erst kürzlich einen das hier ist ein twin 600 spb ja was soll ich sagen also adria schauen wir mal rein hat sich anscheinend die listerklemme zu eigen gemacht auch hier haben wir wieder genau das gleiche problem wie wir beim anderen fahrzeug schon hatten hier wieder die ganzen listerklemmen und ich habe das in mein video ja das letzte mal gesagt und dann habe ich auch mal so ein paar kommentare kriegt so ja warum listerklemme eigentlich verboten oder beziehungsweise warum listerklemme nicht im kfz ich möchte hier noch mal kurz erwähnen wir haben hier eine schraubverbindung wo hier und ihr seht es jetzt hier mal hier sind jetzt zum beispiel und das ist ja eigentlich noch das grob fahle sichere wo hier jetzt zum beispiel zwei in eine klemme reingemacht sind also hier ist einer drin und hier sind zwei drin hier sind zwei drin hier sind jetzt noch näher ranzugehen mal dann sieht man es ja noch deutlicher das sind stromführende kabel und ihr seht hier schaut mal da ist nichts isoliert steht alles raus hier schaut mal steht alles raus also wenn mir jemand erklärt dass das eine fachmännische montage ist dann weiß ich nicht also das ist eine schnelle gepfuschte montage aber garantiert keine fachmännische montage weil das hier geht gar nicht also so macht man das einfach nicht das funktioniert nicht das sind ja wenigstens kabelschuhe drauf das ist ja schon mal gut aber warum sind die hier wohl isoliert damit eben kein metall raus schaut das hier ist für mich eine grob fahrlässigkeit hier noch viel schlimmer weil das problem ist hier haben wir metall jetzt schaut mal her das hier liegt hier so drin es ist naheliegend hier kann überall an das metall daran kommen und dann schaut hier überall das zeug raus ruckzuck hier an die scharfe kante hingekommen und schon spratzelt und gibt's kurzschlüsse so baut man nicht das ist hat nichts mit qualität zu tun und jetzt jetzt stelle ich meinen raum jetzt lassen wir mal weg ob verboten oder nicht verboten eine listerklemme durch vibrationen durch anschlagen hier ist eine ecke die schraube da drin die das ist blank ist nicht isoliert auch hier wieder zack kann hier metall reinkommen batsch schon gibt es wieder kurzschlüsse listerklemme ist dafür nicht gedacht listerklemme fallen nicht so frei schwingend nicht nicht so listerklemme die hat ja hier auch löcher wenn dann wird die in wand montagen feste montagen oder keine ahnung aber doch nicht so im kfz hier dürfte doch nirgends kupfer rausschauen das geht doch nicht also das ist doch fallen nicht wenn es so scheiße einfach reingelegt ist ich meine wie hier unten alles fest in der schiene montiert ist dann ist ja das wieder ganz andere nummer weil die ganze schiene ist ja fest die kann ja nicht weg da ist ja alles in ordnung aber das hier fappelt ja hier einfach rum das kommt hier irgendwo hin und schon pratscht und schon knallt und dann gibt es eben ein kurzschluss und genau deswegen macht man sowas nicht seid mir nicht böse nein man tut es nicht und das ist für mich nach wie vor von adria nicht in ordnung dass das so verbaut wird hier sollte man entsprechend ein bisschen umdenken und das so nicht machen also ich kenne auch kein auto wo ich sowas schon mal vor gefunden habe ja dann ist hier eine solaranlage verbaut worden hier haben wir den solaregler von alten soweit alles ganz in ordnung der hier war wieder mit so einem stecker hier in den ebl das ändern wir jetzt ab aber viel schlimmer finde ich dass man jetzt hier lautsprecherkabel nimmt also das ist auch klasse für sich dass man jetzt lautsprecherkabel nimmt als solaranlage naja ist jetzt halt nicht so das kabel wo man dafür denkt oder dafür nimmt aber gut wir ändern auch das wir klemmen die hier wieder direkt auf die batterie die solaregler kommen sowieso weg weil das auch keine mppt regler also der wird auch rausgeschmissen und da kommt dann ein vernünftiger rein und wird auch vernünftig verkabelt und angeschlossen und dann passt das wieder hier verbauen wir unseren booster in dem fall da kommt man schön hin hier kommen auch schön an den taster dann haben wir hier sauber montiert nach hinten hat er sauber abluft also das funktioniert tadellos auf der seite hier drüben kriegt er zwei lithium akkus vom wcs zweimal 100 verbaut verbauen wir da und hier hinten hat jemand ein wechselrichter drauf montiert den sehen wir da liegen der war jetzt hier hinten einfach so drauf geklatscht den haben wir entfernt das haben auch mit dem kunden so besprochen den machen wir jetzt hier ausnahmsweise weil hier jetzt die kabel so liegen hier in das staufach unten rein ist jetzt zwar nicht so die die ja die beste lösung aber mir geben denn hier paar lüftungs löcher und dann müssen wir mal gucken vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen gummi schutz hin aber jedenfalls wird hier der wechselrichter reingebaut mit einer bedienung dann wo man noch verlegen damit auch der wechselrichter sauber bedient werden kann und einer zusätzlichen netz vorrang schaltung weil bis dato muss man ja immer nur da den stecker einstecken in den wechselrichter und nur so konnte man nutzen ist natürlich jetzt nicht so die welt aber das ändern wir jetzt eben alles ab zusätzlich kommt noch eine solaranlage aufs dach eine haben wir ja schon drauf jetzt machen wir nur hochvolt modul dazu vom wcs und dann kriegt er noch eine zusatz heizung eine dieselluftheizung aber das ist jetzt dann mal zukunft da hole ich euch dann wieder dazu wenn es soweit ist dann machen wir dann noch mal ein separates video vom bau und hier sieht man jetzt wie es ausschaut ohne listerklemmen wir haben jetzt hier die zwei verteiler wieder gesetzt haben die listerklemmen sauber nicht versteckt gottes willen sondern raus gebaut haben da anständige verbinder rein gemacht haben das dementsprechend hier sauber geordnet klar wir können jetzt hier nicht die ganzen kabel kürzen und das alles schick machen das wird natürlich jetzt wieder hier rein gemacht damit das alles sauber und ordentlich funktioniert hier haben wir den ladebooster den habt ihr ja schon gesehen der sitzt mittlerweile auch schon verdrahtet dementsprechend hier haben wir dann noch den die busschnittstelle da kommt dann hier einmal lichtmaschine und batterie noch hin die sensoren die waren dann entsprechend noch gekürzt damit es dann alles sein gang geht dann haben wir das fach genutzt das haben wir ja schon besprochen da haben wir jetzt den wechselrichter reingebaut der vorher hier hinten eben einfach da auf der konsole da drauf war das haben wir natürlich verändert und bauen jetzt hier nur eine netzvorrang schaltung hin da haben auch die zwei solar regler reingemacht für die vorhandene solaranlage die schon am dach ist man muss ja keine angst haben hier ist nämlich ein vollflächiger teppich dann auch noch drauf gelegt also falls damals flüssigkeit verschüttet wird saugt es eher der teppich aus bevor das da unten rein läuft natürlich waren da noch sauber lüftung schlitze und lüftungs löcher gemacht damit da wirklich gut luft kommt damit man da wirklich auch die hitze raus bringt das ist ganz wichtig dann machen wir hier vorne ein großes lüftungsgitter rein weil hier hat der wechselrichter zwei gebläse und die drücken dann die luft hier raus genauso die wärme von den solar reglern wird da raus gezogen und dann kriegen wir da schon ordentlich luftaustausch in das fach hinein dann haben wir hier die zwei lithium verbaut da gehen wir mal rüber das ist natürlich schon ein bisschen echt arbeit also das ist wahnsinn was da so drin steckt an stunden bei so einem van oder kastenwagen weil man muss natürlich ihr seht schon hier das ganze kabelgeschirr was hier rumliegt alles nagelneu verkabeln das geht anders gar nicht weil man natürlich jetzt alles verändert und dann werden hier dementsprechend die verteiler wieder gesetzt masseverteiler plus verteiler da kommen sauber die sicherungen seht schon wie das meine jungs machen anständig mit rot auf plus schwarz auf masse also ich muss schon sagen da unten dann die wechselrichtersicherung drin also echt top schaut richtig schön aus und jetzt wird das ganze natürlich noch sauber und ordentlich zu verkabelt und ja dann haben wir hier auch schon wieder ein rieses stück geschafft da freue ich mich auch schon drauf wobei man dann natürlich nur dazu sagen muss hier kommt ja auch noch eine dieselheizung rein ich muss gerade mal nachlesen was er noch alles kriegt ich weiß das gar nicht alles auswendig einen Sog bauen wir noch ein genau und noch ein paar Kleinigkeiten müssen wir machen ja da kriegen wir dann schon einiges noch hin weil wir durch die Unterflurheizung wo wir da verbauen kriegen wir da nur andere Heizungsschlauchsystem rein wo wir da einen Abwassertank auch noch ein bisschen mit anwärmen damit da auch wirklich nichts eingefrieren kann und das Auto so ein bisschen winterfester wird ja soweit sind wir mit dem Adria und ich nehme euch auf alle Fälle mit wie es denn weitergeht da schauen wir mal wie der dann fertig ausschaut da freue ich mich schon und wenn er auf die Bühne geht und wenn wir dann die Heizung machen hier sind wir jetzt in einem schönen Weinsberg den haben wir jetzt ausbauen angefangen was machen wir hier alles hier kommt zweimal 100 Amperestunden Lithium rein hier haben wir neue Polabdeckung gemacht das ist ein sich verformendes Kunststoff das wird jetzt hier dann noch so drauf geklebt damit die Pole schön geschützt sind damit hier nichts passiert und damit es schön filigran alles montiert ist dann haben wir noch eine kleine Solaranlage aufs Dach gemacht da haben wir hier hinten den Solaregler montiert ist auch eine tolle Sache dann ist der schön weg also nicht wundern wir sind hier noch im Bauen da werden noch Kabel durchgezogen aber jetzt sind wir schon hier ziemlich weit also hier sind wir jetzt nahe an der Endmontage dann sind wir morgen bei dem Auto dürfte ja wenn es gut geht eigentlich fertig waren hier haben wir dann noch einen Batterie Computer der hier verbaut wird da war eher kleine Beschädigung da haben wir gesagt komm dann bauen wir den hier gleich rein dann ist die Beschädigung auch gleich weg dann passt es wunderbar und wir haben kein großes Problem mehr und zu guter Letzt haben wir hier unten ist noch ein Ladebooster verbaut worden da gehen wir mal von der anderen Seite ran weil da kommt man schön von da vorne ran ein Ladebooster verbaut wo man dann sauber hinkommt die Kabel sauber sortiert sind und dann passt es dann kommt man da auch an den Rapid Knopf sauber hin und dann schaut es sauber und ordentlich aus dann haben wir hier oben das haben wir ja auch noch gemacht das war ein bisschen knapp aber auch der ist schön drin einen Maxvan eingeschnitten und angeschlossen der ist schon drin also tolle Sache schaut super aus und die Feuchtigkeit geht raus und das ist richtig cool also da muss ich sagen bin ich immer wieder begeistert von dem Maxvan der ist echt eine Klasse ja ihr seht die Woche ist wieder ganz schön was los nächste Woche geht genauso weiter und ja sind wir froh drum ein Termin jagt den nächsten und top muss ich sagen einfach top tolle Umbauten macht richtig Spaß auf der Seite steht ein Pössl Ducato ein wunderschönes Fahrzeug der steht hier schön brav der haben wir auch schon angefangen ich zeige euch den aber noch nicht weil ich weiß dass die Eigentümer auch mit gucken und da will ich ein bisschen ein Spannungsbogen aufbauen auch das ein riesen Geschäft riesen Arbeit aber das kriegen wir schon richtig gut hin da sind wir richtig gut dabei und ja was soll ich sagen was kriegt er 400 Amperestunden Lithium Wechselrichter WCS Kombi die große also richtig richtig viel und da im Detail gehe ich aber drauf ein wenn wir ein Stückchen weiter sind weil das ist echt ein ganz tolles Fahrzeug und liebe Grüße an euch ihr versteht es bestimmt ich möchte euch einfach nur ein bisschen mitnehmen und so ein bisschen Spannung aufbauen aber ihr könnt euch super freuen auf euer super tolles Auto Ende der Woche sehen wir uns ja wieder und das wird eine ganze tolle Sache ja ich hoffe das Video war für euch auch wieder interessant wie es bei uns in der Werkstatt wieder weiter geht Adria ist ein bisschen größere Baustelle da haben wir ja noch einiges vor da kommt dann der nächste Schritt die Heizung Unterflur Planar ehemalig Planar Autoterm 2kw dann nehme ich euch mit und ja dann natürlich der wunderschöne Pössl und ihr seid mir bitte nicht böse ich weiß ich bin wieder groß bei euch auf dem Bildschirm und von dieser Stelle auch ganz ganz liebe Grüße an euch ich passe wunderbar auf euer Fahrzeug auf und habe das auch den ganzen Tag natürlich in meinem Auge damit das alles richtig läuft und keine Angst es wird echt eine tolle Sache also da bin ich wirklich guter Dinge und ja ansonsten freue ich mich natürlich wieder über Kommentare über Anregungen ich werde auch noch ein Video vorbereiten und zwar ist das Thema was mir unter den Fingernägeln brennt und dazu hatte ich heute auch Besuch von einem Außendienst mal egal welcher Firma und zwar geht es um LTE Antennen im Wohnmobil LTE Internet Empfang im Wohnmobil da gibt es ja auch ganz ganz viele Themen ganz ganz viele Meinungen dazu und da möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen versuchen Licht ins Dunkle zu machen und nicht verwirren zu lassen und da ein bisschen in meinen Worten wie ihr mich kennt so ein kleines bisschen nicht Aufklärung möchte ich nicht sagen aber so ein paar Dinge vorstellen und mal ein paar Sachen erklären zu dem ganzen Thema ja ich freue mich drauf schön dass ihr dabei wart schön dass ihr zuschaut und natürlich freue ich mich über ein Daumen nach oben genauso wie über ein Abo von euch da freuen wir uns natürlich immer ganz ganz arg und in dem Sinn alles Gute bleibt gesund passt auf euch auf schöne Grüße aus schenken Bis zum nächsten Mal.